Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja, natürlich. Bleiben sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte Recht mit ihnen. Danke. 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 Was ist das? 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 Vielen Dank. Was ist das? 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 Was ist das?